Nabil Bentaleb kenne ich persönlich, Tottenham Hotspur, war dort Spieler, ist dort groß geworden, unglaublich viel Talent, einer der besten Spieler dann auch und im Endeffekt bei Schalke gelandet, aber ist französisch-algerischer Herkunft, Charakter. Wenn sie Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da auch eine bestimmte Aggressivität, auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt, wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist. Dann muss man wissen auf Schalke, Malochen, das ist das Allerwichtigste, jeder Spieler muss bereit sein, sein Herz auszuschütten für den Verein und dann bin ich auch bei Harit, auch er kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln, also falsche Spieler gekauft, nicht von der individuellen Klasse her, beide können.